hallo und willkommen zurück zu deadpoly ich habe noch ein bisschen zeug gefunden also ich habe die taschen soweit mal leer gemacht das ist klar ich habe noch ein bisschen medical zeug gefunden das können wir uns hier eigentlich mal runter ziehen bandagen noch kommen den apfel hungrig sind wir gerade nicht ich habe gegessen den apfel nehmen wir trotzdem mal mit wir haben endlich die achs gefunden ich habe auch ein größeres katana gefunden ein odachi macht 25 schaden also das ist schon richtig geil das ding ansonsten ja equipment technisch hat sich nicht viel getan ich habe noch die eine oder andere box gefunden und auch noch normalen rucksack als backup für den fall dass wir mal drauf gehen und unsere leiche vielleicht doch nicht bergen können wir wollen uns heute aber mal dem thema licht widmen ich möchte unbedingt hier mal licht haben wir machen jetzt mal eins das lassen wir mal durchlaufen und dann gucken wir mal dass wir den shop unten noch eingenommen bekommen ich hatte hier auch ein bisschen besuch wie man sieht ich habe noch so tonnen gefunden die habe ich noch dazu gestellt und ich würde gerne den shop hier das wäre auf jeden fall eine maßnahme dass wir den shop noch einnehmen und wir brauchen noch ein paar ressourcen ich würde jetzt auch mal anfangen ein bisschen die häuser zu durch kämmen mit euch können hier gleich mal anfangen hat er irgendwas der freund den schlüssel hier haben wir schon geholt können wir hier eigentlich aufs dach raubt da liegt aber irgendwas so hat sich schon mal gelohnt hier eine figur zu holen wie gesagt ich würde mit euch die ganzen gebäude mal durchgehen dass wir auch alle schlüssel sukzessive finden magazine werde ich jetzt auch zunehmend sammeln und ich habe auch gesehen es gibt jetzt mittlerweile in der nagel pistole und der ist ja geil der ist ja hübsch solche möbel hätte ich dann auch gern was sehe ich hier drüben eine holzbox brauchen wir noch eine holzbox gerade nett eigentlich haben wir im moment so viel stauraum wie mich gar nicht so zu müllen eigentlich gibt es immer noch den hellen was ist das hier nach kummer so eine maske ist ja auch nice die nehmen wir auch mal mit so jetzt wollen wir aber mal loslegen also wir brauchen auf jeden fall eine tür zwei türen brauchen wir die sollten wir mal hier wieder weg machen ich habe das lagerfeuer mal hier ins eck gemacht wir müssten mal gucken ich habe auch schon ein bisschen holz rein ach lass uns noch mal schnell vorlaufen zum händler können wir eine autobatterie habe ich mal aufbewahrt die brauchen wir nämlich noch zum crafting den rest würde ich mal verchecken dass wir auch so langsam zu unserem water cooler kommen da liegt noch werkzeuge hammer drin gibt sie und was haben wir hier magazin nämlich mal und dann flitzen wir mal vor was ist denn hier bloß ach du scheiße was haben wir hier batterie die gas maske sieht ja auch cool aus kauft ja nicht auch gas masken der händler dafür geht auch immer mit dem wollen wir uns heute noch nicht anlegen ach guck mal hier gibt es ordentlich was zu futtern gunpowder eine cola pizza und eine knarre gehen wir hier außen rum schmerzmittel sehr gut ich habe zum glück auch endlich verbände gefunden ich finde somit verbänden ist immer noch so ein bisschen mehr sicherheit wenn man welche im sack hat so was wollen wir verkaufen wir wollen das hier verkaufen das hier verkaufen dass das und noch eine autobatterie ach sehr gut guck mal das hat sich gelohnt 750 tacken cash in the cash ist immer gut wir müssen mal schauen wir müssen jetzt ungefähr 1000 glaube ich zusammen haben es gibt so viele verschiedene waffen paper nehme ich mal mit und da geht's können wir eigentlich auch mal schallplatten anfangen zu sammeln ich schaue noch hier in den mülleimer und dann haben wir es aber auch schon kümmern wir uns mal um die türen müssen wir ein bisschen aufpassen wo der große zombie gerade rumnimmelt aber guck mal der spawn kommt hier ist immer noch unverändert ein donut den nehme ich mal mit wow da kam mir ganz schön entgegen geflogen sie habe ich aber im letzten moment erst gesehen das krankenhaus würde ich auch gern durchstöbern vielleicht finden wir noch das eine oder andere ist aber dann verschwinden die hier eigentlich mal es müffelt hier schon so essenskiste unsere essenskiste ist echt gut bestückt haben wir gerade hunger kommen ein apfel können wir uns magazin magazin muni dann haben wir hier auf jeden fall noch die batterie gunpowder ich habe ja wie gesagt ein bisschen umgestellt ich dachte ich stelle mal da ein regal drauf können wir die figur damit reinsetzen oder ist die zu groß unsere kuscheltiersammlung wächst da will ich aber auch den bär reinsetzen damit ist dann ist er nicht mehr so alleine der bär unsere kuscheltiersammlung wie schön so hier in den locker machen wir mal das rein ich habe hier eine kiste angefangen so mit mixkram da hieß die kohle akuma 980 haben jetzt sehr gut hier da ist zum beispiel der condition da drin da würde ich jetzt zum beispiel auch das papier rein machen dann haben wir noch schmerzmittel wie viel haben wir noch noch genug das heißt die können wir da lassen dann haben wir hier feuerwaffen hier die habe ich mal gefunden ich habe die mal mitgenommen ich finde die sieht optisch ganz nice aus wir hatten doch auch schon einen schrank hier mit waffen so hier drüben in den locker habe ich mal so werkzeuge reingemacht das wird da auch ein bisschen den überblick behalten und hier machen wir noch die maske rein hier sind übrigens auch schon diverses drin das können wir mal daraus machen die manchmal da rein jetzt haben wir schon zwei von denen dann setzen wir noch die tonne die würde ich aber wieder draußen irgendwo hinsetzen die kann man theoretisch dann auch befüllen als erstes wollen wir mal die tür basteln haben wir noch genug metall was ist denn hier noch an metall drin ein bisschen was es kommt dahin ein bisschen aufräumen hier dass man mal ein bisschen überblick hat kann man noch mal metal metal 190 kann sich schon mal sehen lassen hier haben wir noch das so die lampe dürfte auch fertig sein die würde ich erstmal hier so mitten in den raum hängen ich mag übrigens auch die wandfarbe ist ja wunderbar er safe gerade wieder nicht wundern beim sagen ruckelzimmer eine tür wir brauchen hier noch eine tür die da würde ich auch ja mal basteln was 250 ne tür und sind ding will ich auch mal machen da fehlt uns leider schon wieder metall okay lichthammer jetzt läuft die zweite tür durch kommt derweil dann gehen wir noch ein bisschen zeug holen sind die busse zufällig wieder krankenhaus hier geht es noch hast du gerade was dabei nehm ich ist immer so lustig wie die hinfallen eigentlich ich will noch schnell in den krankenwagen reingucken das nehme ich guten tag du hast mal wieder ein gewehr dabei du schnickst dabei du hast alles mögliche was ich nicht will so dann schauen wir doch mal schauen wir doch mal ins krankenhaus sein gehört es ja eigentlich schon dazu ja ich glaube ja ein kaktus gibt es hier gibt es hier eine treppe nach oben so was haben wir hier ein hammer ach eine autobatterie mega so haben wir hier noch einen helm hier ist aber auch eine tolle aussicht ne so eine etage zu bewohnen hat natürlich auch seinen charme ansonsten gibt es hier nichts schade schrauber lande platz den haben wir das letzte mal glaube ich auch noch nicht gesehen oder ach guck mal da hat jemand sein bündel geld beim abfliegen verloren gibt es hier irgendwas ein hammer gäbe es aber auch cool das hier hammer schauen wir mal hier rein was gibt es denn hier pilotenhelm oh geil price painkiller bandagen ritterhelm wollen wir alles nicht ach guck mal hier gibt es richtige krankenzimmer ne ist ja auch geil so was haben wir hier ach guck mal ein sheriff gut und was haben wir hier ach eine bunker key karte ein traum haben wir da schon mal gibt es hier noch irgendwas oh je hattest du einen unfall mit deinem rolli du siehst irgendwie nicht mehr so fit aus kann man die dinge eigentlich auch einsammeln ne so eine trage zu hause wäre auch cool irgendwie ne schade dass es noch kein bett gibt ich hab mich irgendwie auf dem bett gefreut dass man so auch die nacht mal ein bisschen rumkriegen kann gibt es da eigentlich ressourcen dafür ach guck mal einsammeln kann man das das ist ja geil okay ich wollte aber eigentlich gucken ob es ressourcen gibt ach guck mal jetzt ist wieder heil wenn man das aufnimmt und wieder hinstellt dann ist wieder heil sehr witzig so ein ding wäre aber auch cool ne gibt es hier noch welche von den sichtschutzdingern die sind ja geil die sind alle kaputt schade schade gut geht es hier noch eins höher komm wenn wir schon mal hier sind naja die nehmen wir natürlich mit ach komm eins und ding nehme ich mal mit schade ja nicht geht es noch eins höher eigentlich boah bandage also hier findest du im krankenhaus natürlich unmenge an medikamenten kram eine blume ach guck mal jetzt haben wir zwei von denen sehr geil denn in dem shop den ich da noch einnehmen will der quasi neben unserer wohnung ist da müssen wir uns ja was überlegen um die fenster zu verdecken vielleicht können wir die davor stellen vielleicht reicht das schon zum verdecken dann haben wir das krankenhaus soweit mal abgefrühstückt ich freue mich am meisten natürlich über die ihr werdet die bunker karte das ist ja mega gut bevor wir aber die bunker machen würde ich sagen wir brauchen erstmal ein bisschen muni und co damit wir im bunker auch ein bisschen was rocken so jetzt schauen wir mal ob die zwei autos da noch zu haben sind oh was ist das nee nee love it es tut mir leid iron man war da mal der sheriff hutsch boah wie gut ist das der helme ist echt der knaller als star wars fan natürlich genau das richtige wie geil bitte wobei hier wäre auch geil zu wohnen ne hier hast du echt paar etagen zum vollstopfen mit zeug und auf jeder etage hast du schön balkon kannst du deine pflanzen raus stellen auch sehr geil ne aber oh bis du das alles voll gemacht hast ey ewig autoratel na wir gehen hier auch mal ganz nach oben dann haben wir zumindest mal das hospital soweit abgefrühstückt ist ja auch nicht schlecht ne und das hier ist ja jemand runter geklettert oder sieht ja noch aus ne ach guck mal da kannst du jetzt einen blick reinwerfen die ganzen betten hier hast du mal ein richtig schönen überblick oder echt nice ach guck mal da hinten ist ein hund auf dem dach das ja auch cool dieser pet shop also liebevoll gestaltet ist das spiel auf jeden fall da kann man sagen was man will und ich freue mich auch schon auf die nächsten sachen die danach kommen werden kann man da eigentlich auch so und der nächste karten abschnitt der müsste da drüben sein da wo man die hochhäuser jetzt sieht auf die insel mit dem leuchtturm will ich aber auch noch und auf schiff wollen wir auch noch ohje wir haben noch viel zu tun so lasst uns jetzt mal nach hause zurückkehren bisschen kille fit haben wir ja gefunden und dann setzen wir die tür ein damit wir unseren shop unten mal zombie sicher kriegen und dann würde ich schon mal anfangen langsam spikes aufzusetzen nicht die aus holz die wir in der ersten season hatten sondern wirklich die aus metall mal gucken wie die funktionieren boah da wird es aber auch schlecht ne mit der zeit hier so cool wie er sich verbindet naja sehr gut so sind wir wieder fit dann werfen wir ja noch einen blick in den container wenn wir schon mal hier sind was gibt es hier banni ohren ne banni ohren will ich keine wenn ich eins weiß dann sind banni ohren nicht meins oh da gibt es zwei busse die muss ich mitnehmen sorry aber schön dass wir die keycard gefunden haben das freut mich total wir müssen nur mal gucken ist es der bunker 24 der da bei uns ums eck ist bei dem hotel das müssen wir mal schauen das weiß ich nicht mehr ja wow wie schnell die immer sind jetzt bräuchte ich zu dem trooper helm natürlich auch die passende rüstung dazu so lass uns mal hier rum gehen wir gucken noch mal in den hochschrauber rein hat der grad was gut wir flitzen vor und die taschen schon wieder rappell voll wie gut so ne säge haben wir glaube ich noch nicht ne ne säge haben wir noch nicht gut dass ich eine mitgenommen habe so die säge rüber und bald geht es auch schon ans muni machen ne so hier hier die desert eagle ähm knarren haben wir hier bisschen heilkram ein bisschen ist gut ne würde ich die mal da reinschmeißen es müsste auch so klamotten ständer geben das finde ich ja auch cool oh wir haben schon wieder durst wie die hölle den schlüssel den behalten wir auf jeden fall guck mal guck mal das kann auch alles noch darüber wir trinken nochmal boah übel er hat ja richtig brand ne so jetzt haben wir noch die beiden dinger hier jetzt schauen wir mal kurz die tür dürfte auch fertig sein lass uns mal das nach da oben machen so hatten wir nicht noch was gebastelt wir wollten noch was basteln wir wollten die dinge hier noch basteln die kosten 50 metall ach das hat nicht mehr gereicht ne haben wir zum glück ein bisschen dabei komm wir machen das noch hier crafting ich will mal angucken wie die dinge aussehen ach die leichen da können die mal irgendwann verschwinden ich würde sagen die erste tür setzen wir hinten rein na ein träumchen zack place guck mal die müsste man theoretisch hochbocken ne dann könnte man die verwenden aber ich sag mal solange wir noch nichts besseres haben ist das geil oder lass uns mal schauen ob der bunker der bunker ist das können wir noch schnell machen in der folge so ein ding hier hätte man aber auch beziehen können guck mal hier ist schon auch platz oh was sehen meine äuglein da guck mal für oben eine hübsche lampe die nehmen wir mit ja und schon ist er wieder am sammeln ne und dann wir mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet der wilder soll jetzt nicht etwa zum bunker oder ja der sieht ja cool aus der zombie der ist neu oder ja was war das hier grad und ah cool neonsign mega ja katze cool es gibt ja verschiedene aber das das ist ja geil das ding freue ich mich jetzt schon drüber noch gar nicht aufgehängt so wo ist denn der freund da welche bunker karte brauchen ja ist ja nice okay ja da gucken wir auf jeden fall rein zwar nicht heute aber da werden wir reingucken da freue ich mich schön dann werde ich zwischen den folgen mal ein bisschen metall holen dass wir dann mit unseren arbeiten vorankommen ja dann würde ich sagen machen wir es so oder dann bedanke ich mich bei euch natürlich wieder mal fürs zuschauen genießt die zeit bleibt mir gesund und bis gleich zur nächsten folge bis zum nächsten folge bis zum nächsten folge bis zum nächsten bis zum nächsten